Ich hoffe, ihr hattet heute einen brachialen Tag bisher. Ich werde auf jeden Fall einen brachialen Tag haben, weil Sunny, BBM, Manny, Regengang, 100 Riesen sind trinkend. Okay, Ohrenkrebs kann direkt wieder aufhören. Einen neuen Song gedroppt hat mit Yuri, Sunny, Sensor und die guten Marvel-Jungs. Red Buttons heißt das Stück. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe es noch nicht gehört. Das Ding ist, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, ich spiele es die älter. Wieso hat denn die Reaktion jetzt raus, wenn ich dann mindestens rauskomme? Ja, kann ich euch ganz einfach erklären. Für die, die mir auf Instagram folgen, Hashtag Eigenwerbung, folgt mir da auf jeden Fall, wer auf den aktuellsten Stand sein will. Und dem Fairy Drink Squad beitreten möchte. Capri Sonne, ihr kennt es? Jedenfalls hatte ich eine Augen-OP. Und zwar genau an dem Tag, wo Sunny sein Comeback feiern durfte. Und zwar Death Row, mit dem Song Death Row, besser gesagt. Und ja, das war auch nicht ganz ungefährlich, diese Augen-OP. Hätte auch nach hinten losgehen können. Ja, die Rennpferde zum Beispiel. Okay, lassen wir den Scheiß. Und nee, ist aber alles gut ausgegangen. Sunny hat mir natürlich den Schutzengel gegeben. Und sich dachten, alles klar, deutsch vorhanden, Jungs. Wir hören einfach den Song. Ich habe gar keinen Bock mehr weiter zu labern. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich fand sein Comeback mit Death Row geisteskrank. Ja, vor allem auch Yuri kam echt richtig dope am Anfang. Und auch am Ende dann, Ihr hasst mich doch, ich gebe euch das Sunny Comeback. So, mega krass. Da hatte ich direkt Gänsehaut und dann kommt Sunny rein. Komplett krass. Sehr, sehr nice. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber ich bin ehrlich, wenn mir irgendwas nicht gefällt, dann sage ich das auch. Also, ich bin jetzt hier nicht auf Techtel-Mächtel getrimmt. Deswegen, let's go. Ja, ich bin übrigens von der Augen-OP wieder da. Deswegen, alles gut. Ist auch alles gut gelaufen. Ich werde nicht blind. Und alles fresh. Danke, Sunny, für deinen Schutzengel. Let's go. Boah, gefällt mir jetzt schon der Beat. Muss ich sagen, gefällt mir. Nice, abmo. Da ist der gute Sunny, Yuri und die Mavi-Jungs. Okay. Boah, finde ich nice hier. Wie er die Zeilen beendet, dann ein schöner Ad-Lib kommt, eine schöne Pause kommt und direkt weitergeflext wird. Also, nicht so durchgerattert wird. Der Zuhörer auf jeden Fall ein gutes Gefühl gibt, die Zeilen zu verarbeiten. Das gefällt mir richtig gut. Und Einstieg von Yuri, muss ich echt sagen, hat er schon schlechtere Einstiege gehabt. Sehr, sehr atmosphärisch. Knallt. Knallt richtig. Müssen wir nochmal reinhören hier. Ich laufe über Leichen, BBM-Klick, Christian Louboutin. BBM-Klick. Nice. FFP2, stimm die Boutique, Harami-Saison. Ja. Ultimate Team, Lido-Kain, pushe das Kilo. Push, 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 push. Yuri Luciano, Blatt in Blatt out, Blue Eyes wie Miklo. Durch dich glatt nur im Korso. Ja. Gib ein Schatz auf dein Torso. Ja, guck, 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 guck. Sehr nice gemacht von Yuri. Gefällt mir. Davor war auch noch irgendwas, aber habe ich jetzt gerade akustisch nicht ganz so gerafft. Aber gefällt mir auch. Reimstruktur sehr, sehr nice. Also ist keine bestimmte und besondere Reimstruktur vorhanden, aber von den Silben her nice. Und Schatz auf dein Torso, statt ist wie Warzone. Sehr, sehr nice Zeile auch. Richtig geil. Es sind auf jeden Fall nice Representerzeilen, die Yuri hier kickt. Und er verpackt es auch sehr gut und kommt sehr harmoniehaftig, ist das ein Wort, auf dem Beat klar. Gefällt mir. Auch mit den Pausen und dann BBM-Klick. Po, po, po. Gefällt mir. Richtig, richtig nice. Und auch dieses Schwarz-Weiß-Video hat auf jeden Fall einen gewissen Flair hier am Start und gefällt mir. Oh, jetzt kommt Sensor. Oh, Leute. Kurz vorab. Könnte jetzt sein, dass das Fanboy-Dingens komplett durchschlägt bei Sensor. Sensor. Ähm, also Yuri finde ich auf jeden Fall sehr stabil. Sehr stabil. Er hat auch, ähm, damals, damals, ja moin, 2018 auf dem AK-Konzert richtig abgeliefert, muss ich sagen. Er hat richtig, richtig rasiert. Ähm, seine Live-Performance ist sehr, sehr fresh gewesen. Ja, konnte mich auch schön mit Yuri unterhalten. Sehr, sehr stabiler Kerl. Aber Sensor ist für mich einfach zu krass. Bin ich euch ehrlich. Er bringt so stumpfe Lines. Die sind so stumpf. Das ist so krass. Ne? Also es ist wirklich krass. Wie stumpf. Aber wie geil er es verpackt. Und er kann es. Er ist so mit Farid Bang, finde ich, so einer der Rapper und SSCO, der sich stumpfen Lines am besten verpackt und am besten dir über den Beat schallert. Ganz im Ernst. Also Sensor, kurz vorab, wirklich, freue ich mich mega drauf, ja. Vor allem, weil er eben überhaupt kein Output bringt. Und auch sein Part bei Donald Trump 2. Äh, ganz ehrlich. No Chance, ne? Nicht mal Johnny Dixon, sorry. Äh, hat da irgendwie Chance gehabt. Also Sensor hat da komplett rasiert. Und der ist einfach so druckvoll. Der russische Bär ist weg. Also ich freue mich unnormal auf Sensor, jetzt auf den Sensor-Part. Ähm, liebe ich komplett. Ich weiß noch, ich mit dem Kumpel sitze im Bett. Real Talk Story hier am Rande. Sorry, guys. Wir so, wir hören so seine Songs, ne? Und sagen, Alter, der ist ja so stumpf, ne? Es geht in die Fresse wie Nummernschilder, ja? Und dann, es ist schon richtig stumpf und einfach geil. Und das habe ich mal unter seinem Bild kommentiert. Und dann schreibt er, und, ähm, dann haben wir so eine Zeile gemacht, ey. Und Bitches, äh, auch irgendwas mit Hundefilter. Nummernschilder, Hundefilter. Fand ich so funny, als er mir da geantwortet hat. Aber wir so, ja, bestimmt seine ganz alten RBA-Runden sind bestimmt nicht so. Nicht so stumpf in die Fresse mäßig. So, wir hören die erste Runde. Und es kommt direkt Sensor's Back wie ein Bumerang. Und da, also, da ist uns einfach die Kinnlade runtergeflogen. Und wir hatten so einen heftigsten Lachflash ever. Okay, Sensor, let's go. ...den Tesla durch Ghettos, der BRD, immer einen Red-Buff. Hässt du den Armand, der Boss ist am Zug. Ja, Mann. Die Buttons sind red und der Wodka ist blue. Wuh! Schieb mir den Geld gefühlt, den Koffer zu. Und du bist aus dem Schneider wie ein Boss-Anzug. Du bist aus dem Schneider wie ein Boss-Anzug. Ähm, eigentlich hat er auch immer so einen Hintergrund-Gedanken. Auch hier, oh, mein, mein Album kommt an so wie Postboten oder so ein Shit. Boah, ey, das ist auch... ...einfach geil. Ja, der Junge ist einfach... ...Oberkiller wie eine Nobel-Villa. Ohne Spaß. Ähm, ja. Okay, aus dem Schneider wie ein Boss-Anzug. Das ist aber keine krasse Doppeldeutigkeit. Also das ist jetzt so aus dem Schneider wie ein Boss-Anzug. Okay. Ja, also sehe ich jetzt keine Doppeldeutigkeit drin. Schade. Nicht auf Tupac, denn du bist ein Uso. Du bist nicht wie ich, nicht mal vielleicht. Alles für einen Monat, das viele auf gut roter Background. Das droht an einem Levi's. Ah, nice Reimstruktur. Man denkt erstmal so, hä, auf was reimt er denn hier? Ja, aber dann kommt halt die Levi's-Zeile und man denkt erstmal so, hä, wo ist der Rhyme, Bro? Aber er macht auf jeden Fall hier ein A-B-A-B-Reim... Rhyme... Hallo? Deutsch-Leistungskurs 5 oder was? Äh, Reimschema rein, gefällt mir. Rapper steht stets an der Tafel, wie diese Simpsons-Ikonen. Und du siehst nicht mit Red Buttons und hast nur ne Prinzendiplome. Nice, nice. Also Sensor-Partner, bisschen zu kurz gekommen, bin ich ehrlich. Und ich freu mich auf sein Track Daimler-Emblem war das, glaub ich. Sofort bin ich richtig, richtig gespannt. Ähm, ja, stabiler Pass von Sensor, aber hat er auf jeden Fall schon besser in Donald Trump 2 gekickt. Also das war absolut geisteskrank, wirklich. Okay, jetzt kommen die Mavi-Jungs. Das war die Sunny Hook scheinbar. Muss ich aber ehrlich gestehen, finde ich ein bisschen unspektakulär. Also die ist jetzt nicht so mega... Boom! Wisst ihr, was ich meine? Also da fehlt mir irgendwie so ein bisschen was in der Hook. Finde ich ein bisschen schade, weil Sunny... Also zu Sunny muss ich überhaupt nichts sagen, ne? Das ist einfach, ähm, Deutschrap-mäßig so das Beste, was man... Was, äh, was hier einem geboten wird, finde ich. Persönlich so mit Kolle und... Gibt's da natürlich noch ein paar andere Beispiele so, aber... Sunny, dass er wieder am Back am Start ist und scheinbar auch wirklich was geplant hat. Ey, ich bin der glücklichste Mensch auf Erden, bin ich euch ehrlich, ne? Aber, ähm, Hook fand ich tatsächlich jetzt nicht so mega krass. Klar, man muss so öfter mal die Hooks ein paar Mal hören, um dann wirklich zu relaten, ey, wie geil die ist. Ähm, bei Sunny ist es aber nicht so tatsächlich. So beim Johnny Dixon als Beispiel, ähm, muss ich die Hooks vielleicht ein, zwei Mal hören, damit ich so wirklich relaten kann. Ey, Digga, die Zeile und, äh, die Zeile... Die Hook ist fett, aber bei Sunny ist es so direkt krass oder nicht? So, da hört man's direkt, ist die einfach geisteskrank ist oder nicht? Ähm, gibt mir jetzt nicht so viel, die Hook, muss ich sagen. Juris Part war sehr, sehr geil, muss ich sagen. Sense, ja, auch stabil, aber kann er besser. Und, äh, Sunny Hook, muss ich jetzt ehrlich gestehen, fand ich jetzt nicht so mega, mega krass. Ja, Mavi-Jungs, bin ich gespannt. So, der eine Song von denen kam mir jetzt nicht so krass an. Na, wie hieß denn der? Keine Ahnung, weiß ich schon nicht mehr. Aber ich glaub, die können auf jeden Fall viel mehr, als sie da gezeigt haben. So, da haben die ihre musikalische Schiene gefahren und, äh, haben die auch drauf, auf jeden. Aber die Leute haben echt mehr Bock so auf in die Fresse, Sunny-mäßig so. Deswegen kam das, denk ich mal, nicht so gut an. Ich bin gespannt, ob sie jetzt hier die gleiche Schiene fahren wie bei dem Song oder ein bisschen mehr, äh, abgehen oder so. Ich bin gespannt. Niklopolis und der Bruder rennt. Oh! Der Stau wird die Seele, die Nase verbrennt. Wir waren tagelang Wachrauber, haben uns ruhig gebissen. Sehr romani, nur mit Blick in der Kuh. Alter, muss ich aber sagen, der Einstieg geisteskrank, wirklich. Oh mein Gott, also das vom Flow und von der Betonung und von dem, wie man die Silben langzieht. Puhu! Ey, das hat mich jetzt ein bisschen gecatcht. Ehrlich. Die Fähne brennt. Das klang richtig fett. Nice, Jungs. Niklopolis und der Bruder rennt. Boah! Der Stau wird die Seele, die Nase verbrennt. Nice, Alter. Nice von der Stimmlage her und geil betont. Boah! Genau so, Jungs. Wann tagelang Wachrauber, haben uns ruhig gebissen. Sehr romani, nur mit Blick in der Kuh. Enemy spüren Angst, weil sie wissen, diese Lamifah mit Boppelkaliber können in die Rücke brechen. Boah! Was hat Spaß? Ich bin nichts mehr. Ich bin da, wenn du mein Name fernklar. WM hat Fertulé-Lesson. Du Polami, voll ne Pinksele-Gang. Pizza, Poli, Droh, Viet. Das ist ein bisschen La-Viet. Boah! Das ist ein Mann. Alles, was wir wollten, war das Geld. Boah, nice. Wollten bis nach oben für die End. Alles, was wir wollten, war das Geld. Ja gut, das spricht jetzt nicht so für euch. Alles, was wir wollten, war nur das Geld. Aber ich muss sagen, bisher bester Part. Also für mich persönlich. Wie ihr das seht, schreibt es gerne in die Comments, haut da in die Tasten. Aber ich muss sagen, die haben mich gerade echt ein bisschen überrascht. Klar, den Bruder habe ich nicht ganz verstanden, was er da mir erzählen wollte. Aber die beiden in der Harmonie. Und auf einmal... Bruder rennt. Und dann flext er nochmal ab. Und das ist auch wirklich stabil. Und dann kommt sein Bro, sein Kollege. Und haut auch nochmal ordentlich in die Tasten. Und jetzt beide zusammen. Ey, Jungs, das ist ein Ding. Warum nicht gleich so? Aber geisteskrank, geisteskrank. Sehr, sehr fresh. Von unten bis nach oben, Baby. Von einem No Name zu einem Rapstar. Von einem Kilo zu einer S-Class. Von einem Nike zu einem Red Bottom. Das Green ist kosher, auch ohne Bachelor. Und meine Side-Talk ist Influenza. Sie ist auf Green Dance, lief in die Red Battles. Von einem No Name zu einem Rapstar. Von einem Kilo zu einer S-Class. Von einem Nike zu einem Red Bottom. Das Green ist kosher, auch ohne Bachelor. Und meine Side-Talk ist Influenza. Da siehst du auf Tränen, dann ziehst du die Red Bulls. Highlight, so, Highlight des Songs, muss ich echt gestehen, war auf jeden Fall der Einstieg von den Mavi Bros, der das war, das war krass, so, und auch wenn, wie die den ganzen Part verpackt haben, sehr geil, muss ich gestehen, also das ist, ähm, Puh. Oh, jetzt kommt das Finale, oder wie? Okay. Oh, er flext gut ab, und damals geilen Money für die Air Force, heute die Red Buttons. Ah, nice auf jeden Fall, jeder Huchensohn weiß, meine Louboutin weiß, äh, Messerklingel bla bla, äh, geil, nice, nice, ne, er gefällt mir. Ah, nice, das gefällt mir, das gefällt mir, aber es ist gerade irgendwie hier ein bisschen leise abgemischt, oder? Oder bin ich jetzt der Einzige, der das gerade, äh, so raushört, das ist, äh, ein bisschen schwierig. Ich war so gladi, gladi, ich bin jetzt auf jeden Fall, Louis, 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 Louis. Ja, okay, das war der Song von, äh, der BBM-Crew, und ich muss sagen, Song gefällt mir, gefällt mir, ist nice, so. Juri, stabiler Part, wirklich sehr stabiler Part, mit einer geilen Line hier, auch mit, äh, mit Warzone und so. Schaut in dein Tor so, schaut das wie Warzone, ja. Dann kommt Sensa, kann er besser, aber ich hab mich auf jeden Fall gefreut, ihn zu sehen, und ist ein Part abgeliefert hat. Finde ich einfach geil, und ich freu mich auf seinen Song, äh, hier. Äh, ja, hab ich eben schon gesagt, ne? Sunnys Hook, muss ich sagen, gibt mir nicht ganz so viel diesmal. Ist nicht so das Highlight des Songs, finde ich, da finde ich einfach die Parts überwiegend geiler, und irgendwie ist das ja das Prinzip, oder, ähm, das Ding der Hook ist, das eigentlich das Highlight ist des Songs. Finde ich, ist hier nicht ganz gelungen, ist aber auch nicht bad, die Struktur der Hook gefällt mir. Mavi-Brüder, also, wirklich, da gibt's einmal, ähm, ne, nen, äh, Applaus hier. Das ist sehr geil, sehr, sehr geil, hat mir richtig gut gefallen. Und Sunnys Part am Ende auch nochmal schön durchgeflext, nice, aber irgendwie ein bisschen zu leise, finde ich. Und die, äh, Auto-Sounds, wie es auf dem Boden knallt, ja gut, haben so ein bisschen seine Voice überspielt, finde ich. Ähm, aber sehr schön abgeliefert, und auch hier das mit dem... Gibt einem einen schönen Flair und ein gewissen, eine gewisse Atmosphäre. Video auch cool gehalten mit dem, äh, schwarz-weiß-Look, passt auf jeden Fall zum Beat, den Digital Drummer hier. Schön produziert halt an der Stelle. Cooler Song, aber, äh, bin jetzt so nicht so mega geflasht, wie als ich zum Beispiel, das Sunny Comeback oder so, ähm, gehört hab als Beispiel, ne. Das hat mich dann schon ein bisschen mehr gecatcht, auch von Sunnys Part generell. Ähm, wie fandet ihr den Song? Fandet ihr den mega geisteskrank? Fandet ihr den auch nur so, so-la-la, ganz okay. Mega kacke, oder, äh, schreibt das alles mal in die Comments. Ich find den Song ganz nice, auf jeden Fall. Jetzt nicht mega Abriss, finde ich. Aber, ähm, ja gut, da hat auch jeder seine anderen Geschmäcker so. Also ich freu mich auf jeden Fall, wenn Sensa mal endlich wieder backkommt. Und natürlich auch Sunny, aber Sensa, ey, Junge. Please come back! Ja, also auf den freu ich mich extrem. Und, äh, ja, mehr gibt's da nicht zu sagen, tatsächlich. Gefällt mir ganz, im Gesamten ganz gut. Und, äh, weiter so, weiter so. Und ich hoffe auch, dass der Sunny-Output, äh, jetzt nicht wieder abflacht, ne? Ja, wie fandet ihr auch übrigens das Sunny-Comeback? Das würde mich auch interessieren. Fandet ihr es nice oder eher so, joo, hätte man besser machen können? Oder fandet ihr es mega geisteskrank? Ich fand's auf jeden Fall sehr gelungen. Aber, ja, hätte man natürlich auch so krass machen können, wie, ähm, damals Started from the Bottom, ne? Und so ein Krab und die Payback von San Diego-mäßig. Wenn jetzt auf einmal Kolle und, äh, Sunny zum Beispiel als Beispiel jetzt einen Song geknallt hätten und dann Boss Aura 2 angekündigt hätten, wäre, glaube ich, ein bisschen mehr eingeschlagen als das. Aber, äh, auf jeden Fall sehr gelungen. Sehr, sehr gelungen. Gefällt mir. Weiter so, Jungs.